so hier eine nagelneue maske ist das habe ich vor zwei stunden rausgeholt ja nagelneues ding jetzt habe ich die im backofen reingemacht weil ich da ein video gesehen das wollte ich nicht glauben bei tik tok backofen reingemacht bei 40 grad 40 50 grad ungefähr musste machen 90 minuten drin lassen jetzt guckt euch das an hier halt mal fest es ist einfach nur abartig es ist die ganze ich hast du es drauf ja kotzt mich guck dir das an guckt euch das an die schlimmsten krankheiten